Rendite oder Fördergedanke? Öffentliche und private Investoren unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Einen öffentlichen Investor an Bord zu haben, bedeutet für GPs oftmals eine Verhaltensanpassung. Was es bedeutet, öffentliche Gelder zu investieren und welche Besonderheiten auftreten können, das wollen wir von unserem heutigen Gast erfahren. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mock. Vielen herzlichen Dank. Joachim Mock ist Partner bei Orbit und dort zuständig für Investments, Investorenbetreuung und Steuern. Seine Expertise beruht auf vielen Jahren in der Fonds- und Steuerberatung namhafter Kanzleien und auf der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitionsfonds. Die Kanzlei Orbit bietet Rechtsberatung für Fondsmanager und Investoren. Geben Sie uns doch zunächst einmal einen Überblick über Ihr Tagesgeschäft. Ja, also unser Tagesgeschäft ist der Fonds, das Produktfonds. Wir machen nichts anderes, ausschließlich Fondsberatung bieten wir an. Das unterteilt sich dann einerseits natürlich in die GP-Beratung, also die Beratung von Managern beim Setup ihrer Management-Einheiten, bei der Auflage ihrer Carry-Pools, Regulatorik, Steuern, die Auflage ihrer Fondsprodukte und Strukturierung, andererseits die LP-Beratung, also die Beratung von Investoren bei der Beteiligung an Anlageprogrammen im Bereich Alternative Assets. Da werden die Bedingungen verhandelt und weitere Abreden geschlossen. Insgesamt also, wir beraten nicht ein spezifisches Rechtsgebiet, sondern wir beraten ein Produkt und alle Rechtsgebiete, die mit diesem Produkt in Zusammenhang stehen. Und dieses Produkt ist der Fonds. Was ist die Besonderheit an der Zusammenarbeit mit öffentlichen Investoren? Also was bedeutet es für ein GP, einen öffentlichen Investor an Bord zu haben? Also es gibt mannigfaltige Besonderheiten, vielleicht so mal angefangen. Auch für mich als Berater ist es eine Besonderheit, weil ich mit keinem anderen Mandanten so forensisch in die Dokumentation reingehe und wirklich jede Klausel verhandle und mir anschaue. Der zentrale Unterschied lässt sich letztendlich immer wieder zurückführen auf die Tatsache, dass der öffentliche Investor eben nicht primär wegen Rendite da ist. Er sucht also nicht primär die Rendite, wie Sie auch vorhin es schon sehr gut angerissen haben, sondern er hat einen Fördergedanken. Er hat ein konkretes Förderziel. Dieses Förderziel ist genau dieser Manager, in den er investiert. Den Aufbau diesen Managers, dass dieser Manager erfolgreich wird und gut wird, dass er gute, kompetitive Fondsprodukte an den Markt bringt, die auch für kommerzielle Investoren, nicht öffentliche Investoren sehr interessant sind, investierbar sind und letztendlich damit eben um unser Ökosystem in Deutschland, in Europa zu fördern. Innovative Ideen, neue Lösungsansätze, neue Technologien. Das ist das Ziel des öffentlichen Investors, wenn er einen Fondsmanager aufbaut. Worauf sollten sich denn GPs einstellen, wenn sie Geld von öffentlichen Investoren einsammeln? Der Investor mit seinem Fördergedanken ist ein sehr aktiver. Es geht so ein bisschen Richtung Fördern und Fordern. Einerseits hat man einen Investor, der wirklich da ist wegen dem Manager. Es geht ihm um den Manager. Er ist am Anfang schon da. Er geht erheblich ins Risiko mit einem Team, das eigentlich viel zu jung ist, um schon so ein Ticket zu bekommen von einem Investor. Es sind erhebliche Ressourcen, die der öffentliche Investor zur Verfügung stellt. Er ist treu. Er bleibt über viele Fondsgenerationen dabei, auch wenn die Performance vielleicht mal in einer Fondsgeneration nicht die allerbeste war. Und ja, es geht ihm insgesamt eben um den Aufbau dieses Managers. Damit kommt aber natürlich auch ein gewisser Preis. Der Preis ist eine sehr präzise Vorstellung dazu, wie gesundes Investmentverhalten aussieht, wie die Terms gestaltet werden sollten, wie aber auch das interne Setup des Managers aussehen sollte, damit das ein erfolgreicher und starker Manager am Markt wird. Was sollte denn Ihrer Meinung nach seitens des GP vermieden werden? Also das am schnellsten zur Frustration führen immer Fehlerwartungen. Und also klassische Fehlerwertungen wären beispielsweise, es geht hier nicht darum, drei Formulare auszufüllen und dann einen Förderkopf abzugreifen. Das wäre die falsche Herangehensweise. Der öffentliche Investor hat präzise Vorstellungen, wie das Produkt aussehen soll, möchte eine enge Partnerschaft über viele Jahre mit dem Manager eingehen. Das ist mehr als einfach nur mal ein bisschen Kapital mitnehmen. Weiterer wesentlicher Teil ist, nicht alles ist verhandelbar mit einem öffentlichen Investor. Auch das ist häufig eine neue Erfahrung für einen GP. Es gibt gewisse Must-Haves. Es gibt gewisse Punkte, die kann ein öffentlicher Investor einfach nicht akzeptieren. Und das ist anders als mit einem kommerziellen Investor, bei dem es immer noch so einen Commercial Trade-Off geben kann. Ich gebe dir, dafür lässt du mir, das kann ein öffentlicher Investor nicht immer mitmachen, weil es Vorgaben gibt aus seinem öffentlichen Mandat, die er einfach umzusetzen hat. Das Letzte ist, man muss eine klare Vision haben. Der Manager braucht eine klare Vision, wer er ist, wer er in diesem Markt ist, wer seine Mitbewerber sind, was ihn unterscheidet in seiner Herangehensweise, in seinen Produkten von den Kompetitoren und wie der Markt aussieht. Umgekehrt, ein Manager, der nicht genau weiß, in welcher Asset-Klasse er daheim ist, was eigentlich sein Mehrwert ist im Vergleich zu anderen oder mit sehr exotischen Produktvorschlägen um die Ecke kommt, der wird es nicht einfach haben. Stichwort Compliance. Mit welchen Mechanismen oder Schutzrechten muss sich befasst werden, die man bei privaten Investoren so nicht kennt? Also es ist ein ganzes Paket eigentlich, dem man sich gegenüber sieht. Dieses Paket unterteilt sich einerseits natürlich in Compliance-Vorgaben, verschriftlichte Zusicherungen hinsichtlich, wo werden Holdinggesellschaften aufgelegt, wo wird überhaupt investiert, wo ist der Manager aufgelegt, KYC-Anforderungen, GWG-Anforderungen, Sanktionslisten, individuelle Sanktionslisten nochmal des öffentlichen Investors. Eine ganze Latte an Vorgaben, an Compliance-Vorgaben, die rein verhandelt werden in die Dokumente und die auch pflichtig dem öffentlichen Investor zuzusagen sind. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist Schutzrechte in der Dokumentation selbst. Der öffentliche Investor will starke Investorenrechte. Der öffentliche Investor will eine starke Einbindung des Investorenbeirats an ganz verschiedenen Stellen und der öffentliche Investor sucht Transparenz in das Produkt zu bringen, um es gut zu machen. Ja, wo aber eben auch ab und zu mal ein Zielkonflikt sich eben ergeben kann mit einem Manager. Nachfrage das, in welchen Fällen treten diese dann in Kraft? Also die Investoren-Schutzrechte einerseits, wenn der öffentliche Investor sein Vertrauen verloren hat in diesen Manager. Das sind dann die No-Fault-Rechte sozusagen. Andererseits dann die Cause-Rechte, wenn es also tatsächlich auch ein Fehlverhalten gibt auf Seiten des Managers. Klassisches Beispiel auch der Verstoß gegen Compliance-Vorgaben, die dann eben zu solchen Investorenrechten führen können. Ein weiteres Beispiel ist das Team, mit dem der öffentliche Investor angefangen hat, ist nicht mehr das Gleiche auf Manager-Seite. Man hat jemand verloren, es gibt einen Generationenwechsel. Auch da möchte ein öffentlicher Investor aktive Einflussrechte, um die neue Team-Zusammensetzung bestimmen zu können oder ansonsten auch die ganze Veranstaltung beenden zu können. Können Sie von Ihrer Erfahrung bei Orbit erzählen? Also gibt es noch einen größeren Dissens oder sprechen öffentliche Investoren und GPs zunehmend, sagen wir mal, die gleiche Sprache? Also die gleiche Sprache sprechen Sie schon lange. Denn im Venture Capital und Lower Mid-Market-Bereich sind die öffentlichen Investoren eine Hausnummer. Gerade in Deutschland ein wesentlicher Teil der finanziellen Ressourcen und insbesondere für neue Manager im Bereich Venture Capital, Lower Mid-Market, also Lower Mid-Market Private Equity, kommt aus dem Bereich öffentlicher Investoren. Und deshalb ist es schon eine bestehende Partnerschaft. Wenn es ab und zu mal zu Sprachproblemen kommt, dann kommen die gerne eben auch daher, dass sich hier eigentlich zwei sehr sophisticated Praktiker gegenüber sitzen, die eigentlich sehr gut verhandeln wollen. Aber der eine davon hat zum Teil politische Produktvorgaben, die nicht immer mit Blick auf den Markt entworfen wurden, die er aber auf Gedeihenverderben verpflichtet ist, in dieses Produkt jetzt rein zu implementieren. Und wenn es zu Verständnisschwierigkeiten kommt, dann eher an dieser Stelle, wo ein eigentlich sehr verständiger kommerzielles Gegenüber nicht anders kann. Zuletzt vielleicht ein Blick in die Zukunft. Wie entwickelt sich das Ökosystem zwischen privaten Fonds und öffentlichen Geldgebern? Was würden Sie sagen? Also es wird in der Zukunft mit Sicherheit umfangreicher und intensiver. Intensiver einmal dadurch, dass die öffentlichen Investoren sich auch gerade in ihrer Tätigkeit weiter professionalisieren und weiter diversifizieren. Es gibt immer mehr Programme, die immer ganz spezifische Bedürfnisse im Markt auch adressieren. Deutschland, gleiches Beispiel, der Growth Funding Gap. Ja, man hört es oft, die späten Finanzierungsrunden fehlen eigentlich große Fondsvehikel mit großem Kapital. Pre-IPO nochmal mitzugehen. Da wird gerade ganz spezifisch gefördert, ganz spezifische Töpfe aufgelegt. Also es wird insoweit auch ein intensiveres Zusammensein und es wird auch ein umfangreicheres Zusammensein sein. Wenn wir uns anschauen, die Volumina, die auf öffentlicher Seite jetzt gerade an die Rampe geschoben werden. Wir haben den Zukunftsfonds mit der ERP-EIF Wachstumsfazilität, mit den Mitteln der KfW Capital. Wir haben bei EIF Invest Europe gerade gesagt 20 Milliarden, die in diesen Bereich fließen. All das letztendlich genau daher, weil der öffentliche Investor erkannt hat, dass Fonds Motoren für Innovation und Wachstum sind. Und all diese Zukunftsthemen, grüner Wandel, soziale Themen, Governance, Mobilität, Ressourcen, Infrastructure, all diese Themen, die dem politischen Investor ja wichtig sind, die er angehen muss, werden über Fonds gelöst. Und deshalb ist die Politik auf sehr gute Fondsmanager angewiesen und umgekehrt ein guter Fondsmanager versteht die Vorteile eines öffentlichen Investors. Denn ein Investment durch einen öffentlichen Investor ist auch heute noch ein Qualitätssiegel für einen Fonds. Vielen Dank, Herr Dr. Mock. Vielen Dank, um Ihr Bild zu nehmen. Wir sind auch gespannt, was weiterhin an die Rampe geschoben wird und danken uns für das Gespräch heute. Vielen Dank. Danke und bis bald.